Jo Leute, hier ist wieder euch Jigibau und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier etwas umgestaltet. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich mal die Kamera an. Meine Top-Sachen und Adrenalin XL. Heute kam eine Mail-Day für mich. Da habe ich die Adresse schon entfernt. Also, nochmal zum Beweis. Päckchen bis 2 Kilogramm DHL. Kam heute mit der DHL, wie ihr gerade sehen konntet. So, ja, und dann werde ich das Ganze mal mit meinem Taschenmesser öffnen. Das passe ich auf, ich weiß, glaube ich, was es ist. So, jetzt ist da gerade eine Karte runtergefallen. Meine Chrom-Autogramm. So, ich habe jetzt hier gerade keine Hüllenparad. Doch, hier, zwei Packungen. Einmal meine normalen Sleeves und einmal meine Tournament-Sleeves. So, dann hätten wir das hier geöffnet. Ich muss das nur irgendwie aufgehen. Ich habe es an der falschen Seite leider geöffnet jetzt gerade. So, aber wir haben es. So, da müssen wir noch einmal durchschneiden. Dann nehme ich jetzt gerade die Schere. Die wirklich nicht so gut funktioniert. Aber es hat geklappt. Und jetzt können wir das hier aufmachen. Sehr umständlich. So, hier hätten wir einmal die Rechnung. Also es ist echt wirklich das, was ich hier mir bestellt habe. Ja, da hätten wir einmal den Preis 7,39 Euro. Ich habe mir das gleiche nochmal für 6 Euro irgendwas bestellt. Ja, bestellt hier zwei Displays. So, das ist jetzt irgendwie komisch. Schütten wir das mal aus. Cool. Also, da habe ich anscheinend, so wie es im Moment aussieht, von dem Verkäufer ein leeres Display noch bekommen. Ähm, ich kann mal wieder etwas hören. Ein leeres Display. Das ist cool. Ähm, von der Euro 2012. Ja, das ist echt ein leeres Display. Ein Sticker. Ähm, ja, das finde ich richtig nett. Das kommt natürlich auch zu meiner Displaysammlung. Und ich wollte noch etwas zum 100 Abonnenten Special sagen. Es kam die Anfrage, ob ich mich in real life zeigen könnte. Aber das mache ich jetzt mein 200er Abo Special. Mich in real life zeigen. Beim, auf YouTube halt. So, da hätten wir einmal hier, ähm, Adrenalin XL, Champions League 12, 13. 50 Booster-Packs. Ähm, ein Pack. Wo ist es auf Deutsch? Da. Äh, ja, ein Euro. Und, ja, dann werde ich dieses Display mal öffnen. Und das wird jetzt auch der erste Part dieses Displays. Ich denke, ich werde keine Booster hinter der Kamera öffnen. So, das geht hier ein bisschen schwer auf. Ich finde keinen Anhaltspunkt und ich will das auch nicht kaputt machen. Ich habe zwar dann noch ein zweites Display, wo ich es dann nochmal versuchen kann, aber besser jetzt als... Nee, nein. Besser jetzt, als dass ich es meinen zweiten dann vielleicht auch noch versinne. So, ich versuche jetzt mal, das hier hochzumachen, ohne dass das so wegknickt. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ja, okay, dann hätten wir hier mal das Display. Das kann ich jetzt nicht so richtig nach oben machen. Und hier die Booster. Ähm, ich nehme einfach mal alle raus. Und erzähle ich jetzt gerade mit euch nach. Ja, ähm, da ist jetzt gerade ein kleines Missgeschick passiert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich die Kamera mit denen machen soll. Ich mache einen kurzen, ähm, wie heißt das? Ähm, stopp. Keine Ahnung. Bis gleich. Und dann hätte ich das auch wieder. Ich öffne jetzt in diesem Part hier einen Probebooster. Also ich teste mal einen. Und ich zeige auch die Liste. Nein, ich mache einfach drei. Okay, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sieht ein bisschen zu viel aus sogar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, das passt auf den Booster genau. So, die räume ich dann nachher direkt wieder ein. Die haben ja immer das leere Display. Das habe ich eigentlich ziemlich gut geöffnet. So. Und dann mache ich jetzt mal ein kleines bisschen mehr Platz. Damit ich das jetzt auch öffnen kann gleich, diese drei Booster-Packs. So. Also. Ich habe mir drei verschiedene Motive jetzt gerade rausgesucht. Einmal hätten wir da, das ist Tores. Dann. Das müsste der Alonso sein. Und den weiß ich nicht, denn in der Mitte. Also auf alle Fälle mit Poldi links. Rechts. Rechts. Ja, okay. Mit diesem Booster werde ich dann noch anfangen. Das ist mein erster normaler Booster. Sonst hatte ich immer die Mega-Packs. Eine Legend habe ich ja schon. Hier, Rüth Gülli. Habe ich schon als Legend gezogen in Mega-Boostern. 81 Packets. Ich hoffe, dass ich auch nochmal einen ziehe. Ich öffne jetzt in jedem Part die drei Booster. Part 1. Rising Star 1 in 6 Packets. Star Player 1 in 6 Packets. Goldstopper 1 in 11. 1 in 11 Pack. Phantom Raid 1 in 7 Packs. Und Masters 1 in 15 Packs. Und Top Masters 1 in 60 Packs. Und natürlich Legends 1 in 80 Packs. So. Das erste Booster ist gesaved. Jetzt muss man nur noch die Karten noch gescheit rauskriegen. Ich weiß, dass es bei Adrenalin etwas schwerer ist. Aber das kann ich hier noch etwas zur Seite machen. Vielleicht kriegen wir einen. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. So. Da haben wir ein Base Pack. Okay. Fängt ja mal gut an. So. Da hätten wir einmal Schirokow. Lewandowski. Pujol. Gix. Höger. Und Maria. Also Angel die Maria. Machen wir mit dem zweiten Booster weiter. Werde ich jetzt etwas anders öffnen. Ich glaube, hier haben wir eine Power-Karte. Aber ich bin mir nicht sicher. Nein, wieder ein Base Pack. Das fängt ja hier mordsmäßig geil an. Muss ich jetzt sagen für dieses Display. Ich hatte gehofft, wenigstens auf einen Goldstopp oder sowas. Oder einen Starplayer. Costa. Epizilio. Gomez. Beckman. Marcelo. Und Balotelli. Ich mache heute noch den zweiten Part. Sieben Booster werden dort kommen. Wieder ein Base Pack. Hammer. Nein. Juhu. Kein Base Pack. So. Da hätten wir einmal Bart Stuber. John Terry. Lorenzen. Draxler. Und Luca Modric. Und wir haben Starplayer. Utaka. Erste Power-Karte. Die tue ich jetzt nicht eins lieben. So, das war es dann heute schon wieder von mir. Hier seht ihr noch die restlichen Booster. 47. Die werden in meinen nächsten Videos kommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Jiggy Bao. Ciao. 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 Ciao.